Kennt ihr eigentlich die Karte Seel von Eurikalkos? Wenn ja, habe ich mal eine Frage an euch. In dem Anime, in dem diese Karte eingeführt wurde, wurde gesagt gehabt, ja, wenn ihr diese Karte aktiviert, fängt der eine Seele für euch auf. Aber ist euch mal aufgefallen, dass jeder, der diese Karte ausgespielt hat, danach von seiner eigenen Karte gefangen wurde? Jeder? Selbst Yugi? Es gibt tatsächlich eine Ausnahme. Ein einziger Charakter, der diese Karte ausgespielt hat, der nicht davon gefangen wurde. Der einzige Dodant, der jemals mit dieser Karte nach Aktivierung gewonnen hat, war Mai. Gegen Joey. Der eigentlich hätte gewinnen können, aber einfach nicht mehr spielen konnte. Also er war einfach physisch nicht mehr in der Lage dazu. Also wenn ihr mich fragt, war diese Karte zu aktivieren das dämlichste, was du machen konntest. Außer du bist Darts. Dann sagst du allen, spiel die Karte, weil er gewinnt am Ende sowieso, wenn er gewonnen hätte. Hat er nicht, kleiner Spoiler.